Super Smash Bros. Fans aufgepasst! Am 17. März 2019 findet im Zürcher eParadise die Schweizer Vorrunde zum Super Smash Bros. Ultimate European Smash Ball Team Cup statt. Die Teilnahme ist kostenlos und alle Fans von Super Smash Bros. können sich in Dreierteams unter folgendem Link für das Turnier anmelden. Das stärkste Smash Team der Schweiz wird anschließend zum großen Europa-Finale des Turniers eingeladen, welches im Frühling 2019 stattfindet. Seid ihr das stärkste Smash Bros. Team der Schweiz?